CLK, drei Buchstaben, die seit 1996 in der industriellen Bildverarbeitung für Furore sorgen. In den letzten 20 Jahren haben sich die Altenberger zu einem absoluten Produktprozessoptimierer spezialisiert. Gerade in der flexiblen Robotik entwickelt und produziert CLK kundenoptimierte Bildverarbeitungslösungen auf allerhöchstem Niveau. Nicht umsonst sind sie ein wichtiger Partner im ARC, dem Automatisierungs- und Robotikcenter im Kreis Borken. Wir haben uns darauf spezialisiert, Kleinserien zu automatisieren. Das heißt, gerade dann, wenn es für den Roboter schwierig wird, ständig mit gut vorbereiteten Situationen umzugehen, guckt die Kamera, was kann ich jetzt machen und wie muss der Roboter arbeiten, sodass der Roboter dadurch automatisiert gesteuert wird. Gerade in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie profitieren die Kunden von den berührungslos arbeitenden Qualitätskontroll- und Positioniersystemen. Die Erfahrungen von CLK im Bereich der Automatisierungs- und Robotiklösungen sind unbezahlbar. Durch das Netzwerk profitiert jeder Partner auf seine ganz spezifische Art und Weise. Mit dem Know-how werden Prozesse nicht nur verbessert, sondern Fehler auch schon im Vorfeld erkannt.